Aber wenn der später in den Sigma-Stages... You are... Shipuga! Wenn die später nochmal alle gar kommen, das könnte hart werden. Also den Spezial-Wappen-Boden während ich dashe. Ich kann dadurch eine kraftvolle Dash-Blade-Attacke durchführen. Okay, und man kann das auch in einer Kombo verbinden. Das probiere ich dann doch demnächst mal aus. Die Repple-Force ist am Raumhafen! Ich muss gehen! Nein! Bitte, warte, Zero! Ich möchte euch zwei nicht gegeneinander kämpfen sehen! Jemand muss deinen Bruder aufhalten! Ich gehe jetzt! Zack, wieder das Gespräch unterbrochen. Aber zuerst gehen wir in die Snow-Base und füllen unsere... ...Gedönse auf, unsere Energietanks. bereit! Hm? Denn mit dem Doppelsprung... ... geht es ja noch einfacher als vorher. Zack. Anlegen... ...Ja, sehr schön. okay das war es fürs erste ich mache direkt weiter ich sammle gleich noch mal Energie dort das geht ja relativ zügig jetzt seht ihr auch mal wie ich das so in der Regel mache wenn ich Energie sammeln muss zumindest in dem Teil ist das für mich dann Dankeschön ich wollte eigentlich nur Energie sammeln ach das weiß ich auch schon, die gibt es immer ein gratis Leben okay einer müsste jetzt voll sein und der zweite ist schon angefangen dann ähm ja dann machen wir das noch zweimal ach ich mache es noch einmal dann soll es reichen dann habe ich auch ein paar Sekunden eurer Zeit vernichtet boah ich stehle euch eure kostbare Zeit aber ihr entscheidet ja was ihr euch anseht ja und ich finde es eigentlich ganz schön dass ihr meine Videos anseht auch meine Videos anseht ich weiß nicht was ihr sonst noch so alles betrachtet ach hat sie gedacht ich fahre nochmal auf den Trick rein so jetzt haben wir anderthalb Energietanks und das sollte doch reichen für den Anfang Flap und Spaceport ich bin bereit ich weiß aber immer noch nicht wie die diese nova strident wie die belegt ist sag mal Capcom typisch Capcom mein Gott ich schlitz mich hier durch die Gegner durch Wahnsinn ach so ja ich entschuldigung dass ich gerade durch war ich hab versucht den die neue Attacke dadurch zu führen die wir gelernt haben so ein Schipu Schipuden Bedögens ich hab nicht rausgerufen wo der Knopf war ich hab die ganze Zeit gedacht ich müsste ich müsste den normalen Angriffsknopf drücken aber nein es ist die Sonderattacke mit Knopf Belegung so wo sie die Welt ja Schlitz ok und hier geht's schon zum Zwischenboss wenn ich mich nicht täusche war das Colonel bei X mal sehen ich möchte nicht mit dir kämpfen tritt zurück es tut mir leid aber ich kann dich nicht durchlassen Iris wird sehr traurig sein wenn sie dich verliert was ist das denn für ein Wort ähm sei nicht zuvor eingenommen Zero spar es dir für deinen Sieg auf ich zeige dir keine Merse jetzt bereit ok Schlitz ups das war der falsche Knopf ok der Enemy Breaker den kann ich mich nicht mal reinern ich mach aber verdammt wenig Schaden stelle ich grad fest oh oh eh ok so kann ich keinen Schaden machen das gefällt mir nicht so ganz damit mache ich ihm keinen schaden ich glaube die beste attacke gegen den ist immer noch nicht der normale selber zumindest kann ich keine ich hab's gewonnen das hier ist es nein es ist noch nicht vorbei ich muss mich nur ordentlich dran stellen dann klappt es auch der enemy breaker ist aber nicht gedrückt auch was das denn beeindruckend zero aber es ist zu spät was die rp force ist ins alle aufgebrochen selbst wenn ich es wenn ich verschwinde wird ihr replifors leben kann zero sag iris dass ihr bruder friedlich gestorben ist auf wiedersehen zero ja jetzt mach nicht so du hast gerade kaputt gemacht du warst du ich du bist schuld nicht ich hab nur gesagt was du machen sollst du bist schuld und schwupp und sie haben die erde in richtung welt allein verlassen scramble keine ahnung iris wo bist du iris sie ist mit ihm gegangen ich bin auf meinem weg tu mir das nicht an iris final weapon so ja ich bin bereit bereit dann mach ich es halt vom boden aus schlitz oh eh ne 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 ich komme nicht an den rand da muss es eben so gehen den hätten wir auch sehr schön dann kann es ja jetzt weitergehen wer kommt denn da jetzt als gegner bei ex was der general iris iris also hast du mit meinem bruder gekämpft es tut mir leid dann ist es vorbei alles warte iris hör mir zu auf wiedersehen zero iris was was macht die da sie hat sich ein kampfpanzer gebaut na supi stay with me brother ab und ich mache ja so kein schaden ich muss glaube ich die komischen kristall da oben treffen dann bleibt mir aber nichts anderes übrig was machst du da es ist interessant der kampf ich sehe schon nicht mehr wir werden energietank brauchen ja es ist noch nicht vorbei vielleicht schaffe ich es auch noch so nein ich brauche einen energietank dann nehmen wir den angebrochenen was ist das denn für grüner strahl da jetzt das hatte können und alles vernichtet zerstört